Und wir fangen fort mit der Siegerehrung der Altersklasse 15. Auf Platz 8 mit 43,602 Punkten von der TUG Leipzig, Chiara Schmidt. Auf Platz 7 mit 44,134 Punkten von Dresden ASC, herzlichen Glückwunsch, Jule Menard. Auf Platz 6 mit 44,36 Punkten von SSV Ulm, Elisa Gäßler. Der 5. Platz geht mit 44,735 Punkten an den VfL Kirchheim und genauer gesagt an Nele Rubin. Auf Platz 3 und GewinnerInnen der Brunzmedaille mit 44,901 Punkten. Noemi Grieser von der TUG Neuwold und Michelle Runds von Tresdorfer TV. Und mit 50,235 Punkten deutsche Vizemeisterin von TUS Chemnitz-Altendorf, herzlichen Glückwunsch, Jasmin Hasel. Neue deutsche Meisterin der Altersklasse 15 mit 50,534 Punkten, vom TUS Chemnitz-Altendorf, Emma Malowski. Applaus 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 Applaus